Hallo, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese nervige Cookie-Meldung von Twitch wegbekommt und eure Umfragen wieder ganz normal nutzen könnt. Außerdem könnt ihr den Trick auch für Interaktion mit anderen Browser-Quellen verwenden. Also bleibt dran, bis nach dem Intro. Mein Name ist Cygro, ich bin Twitch-Streamer aus Leidenschaft, Streamen dreimal wöchentlich, montags, mittwochs und samstags, jeweils ab 19 Uhr auf twitch.tv. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich freue mich darauf, euch da mal kennenzulernen. Diejenigen unter euch, die die Twitch-Umfragen als Browser-Quellen OBS eingebunden haben, werden wahrscheinlich die letzten Tage bemerkt haben, dass es da ein paar Schwierigkeiten gab. Twitch hat es irgendwie fertiggebracht, die Cookie-Abfrage mit in ihre Browser-Quelle, in ihr Twitch-Umfrage-Tool mit einzubauen. Das stellt jetzt den einen oder anderen vor das Problem, damit zu interagieren, damit ihr die Möglichkeit habt, diese Cookie-Abfrage auch zu bestätigen. Ich habe gehört, dass Twitch an dem Problem gearbeitet hat und das auch versucht, von ihrer Seite aus rauszunehmen. Es gibt aber einen ganz einfachen Workaround, der nicht nur für die Twitch-Browser-Applikationen nützlich ist, sondern auch bei anderen Browser-Quellen angewandt werden kann, sei es für Cookie-Abfragen oder irgendwelche andere Art von Interaktionen, die ihr mit diesen Browser-Quellen durchführen müsst. Der Trick ist folgender. Ihr klickt mit der rechten Maustaste auf die Browser-Quelle und wählt die Menüpunkt Interaktion aus. Jetzt öffnet sich ein Fenster, welches eigentlich genau das widerspiegelt, was ihr auch in eurer OBS-Vorschau seht und zwar die Cookie-Abfrage. Hier habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einfach simpel zustimmen, wie ihr das von anderen Webseiten auch schon kennt oder über die erweiterten Einstellungen genau spezifizieren, welche Art von Cookies ihr freigeben wollt oder nicht. In unserem Fall klicke ich einfach auf Zustimmen, dann schließt ihr das Fenster über das X und das war es eigentlich auch schon. Das ist der ganze Trick. Jetzt ist das Fenster weg und ihr könnt eure Twitch-Umfragen wieder ganz normal nutzen, so wie ihr es gewohnt seid. Und wie schon gesagt eingangs, der Trick funktioniert mit allen anderen OBS-Browser-Quellen auch. Sollte also mal eine andere Website Probleme dieser Art bereiten, könnt ihr einfach über Rechtsklick Interaktion das Fenster öffnen und das Fenster wieder freigeben. Wenn ihr noch mehr Tipps zum Thema Streaming haben wollt, lasst ein Abo da und das Glöckchen an. Ich habe hier nochmal mein Plugin-Video für euch verlinkt, da könnt ihr gerne reinschauen. Und wenn ihr die Plugins im Einsatz sehen wollt, dann schaut auch bei mir auf twitch.tv slash cygrove vorbei. Da findet ihr mich immer montags, mittwochs und samstags ab 19 Uhr und ich freue mich darauf, euch da zu sehen. Ich wünsche euch noch alles Gute bis dahin und bin raus. Ciao. Ciao. Vielen Dank.